Moin Moin, Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Valorant-Video. Ja, Valorant, das Spiel, was wir in den letzten Tagen und Wochen, als wir drüber gesprochen haben, immer Project A genannt haben, weil das Ganze damals noch ein Testname war, beziehungsweise der interne Titel des Spiels, wurde jetzt endlich als Valorant enthüllt heute. Das heißt, Riot Games, die Macher von League of Legends, haben über Nacht die ganzen Social-Kanäle hochgeladen, die haben alles quasi ready gemacht für den Launch des Spiels im Sommer 2020. 2020, das ist jetzt noch ein bisschen, aber wir können natürlich davon ausgehen, dass in nächster Zeit mehr und mehr Gameplay veröffentlicht wird, dass es vielleicht eine Beta geben wird, dass wir auch Infos bekommen, wie wir in dieser Beta teilhaben können. Und ja, um quasi den Hype-Train heute ein bisschen ins Laufen zu kriegen, nachdem ja gestern quasi Screenshots geleakt wurden, da habe ich auch ein Video zu gemacht, sieht es so aus, dass es mal ein bisschen Alpha-Footage veröffentlicht hat und dass man nicht nur an so einzelnen Clips waren wie im Dezember, sondern dass man uns wirklich eine komplette Runde entgegenwirft. 2 Minuten 40 ist die lang, wie uns hier gesagt wird, das Ganze soll unscripted sein, das quasi während eines internen Developer-Playtests aufgenommen wurde. Das heißt, die Leute, die das spielen, wissen zumindest, was sie getan haben. Und wir wollen das Ganze heute ein bisschen analysieren, das heißt, wir schauen uns gleich das Gameplay an, werden an den wichtigen Stellen halten, werden uns Dinge anschauen, die interessant sind. Ich verlinke euch das Gameplay aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr euch das einfach mal so, ja, ohne meinen Kommentar anschauen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Ja, ansonsten, ich würde sagen, wir stürzen uns einfach rein und schauen mal, was uns erwartet. Und dann, ja, alle Socials und sowas von den offiziellen Kanälen verlinke ich euch natürlich auch. So, hier sehen wir zum ersten Mal also das Buy-Menü. Das haben wir bisher nur so im Hintergrund ein bisschen gesehen. Und die erste Sache, die wir sehen, das finde ich schon mal ganz schön, also was man vielleicht grundsätzlich auch nochmal festlegen sollte, Project A, für die, die sich jetzt denken, was ist Project A eigentlich? Das Ganze ist ein 5-gegen-5-Tech-Shooter, was Best-of-20 vorgespielt wird. Das heißt, ja, 24 Runden, glaube ich. Man sieht ja hier oben auch, der Stand aktuell hier ist 10 zu 6. Wir sehen hier oben jeweils die Helden, die gepickt wurden. Und so, jetzt sehen wir hier das Buy-Menü, was ja sehr ähnlich zu einem Counter-Strike zum Beispiel ist. Das heißt, vor deiner Runde in der Preparation-Phase wählst du quasi deine Waffen aus, die du spielen möchtest. Wahrscheinlich unabhängig von der Klasse. Das heißt, wir haben 5 Side-Arms, die du wählen kannst, die natürlich deutlich günstiger sind. Dann haben wir 2 SMGs, die Stinger und die Spectre. Die Waffen werden wir uns wahrscheinlich normal in einem extra Video anschauen. Wir haben 2 Shotguns. Wir haben 4 normale Rifles. Das hier sieht so ein bisschen aus wie eine AK. Wir haben 2 Sniper. Wir haben 2 Heavies. Die haben wir gestern auch schon gesehen. Sieht so ein bisschen wie eine LMG aus. Die Odin, die ist relativ teuer auch, wenn wir uns den Vergleich anschauen. Die teuerste Waffe im Spiel tatsächlich, aber wahrscheinlich natürlich auch die mächtigste. Und wir können dazu noch Schilde kaufen, Light oder Heavy Shield, um uns ein bisschen zu unterstützen. Was ich ganz nett finde, ist, dass man hier tatsächlich den Schaden sieht. Denn er wählt jetzt hier zum Beispiel gerade die Bucky aus. Und bei der Bucky sieht man tatsächlich direkt, was die kann. Sowas finde ich halt super gut. Also wir sehen zum Beispiel, die Bucky ist semi-automatisch, hat die quasi als Alt-Fire. Feuerrate von 1,1 Rounds pro Sekunden. Wir sehen sogar den Damage, was ein Body-Shot macht, was ein Head-Shot macht, was ein Leg-Shot macht. Auf Entfernung. Also sehr schön, dass man uns so viele Stats an die Hand gibt. Das ist halt mega hilfreich. Magazinkapazität, Wall-Penetration, also kann Wände leicht beschädigen. Und das nächste, was wir hier auch noch sehen, das ist auch ganz cool, ist, dass man die Fähigkeiten scheinbar dann wirklich kaufen muss. Also ich vermute, jeder Held hat eine Anzahl von Fähigkeiten. Wir sehen hier hinten, das sieht man jetzt durch das YouTube-Video ein bisschen schlecht. Hier steht 5 von 6 Points. Das heißt, du wirst wahrscheinlich wirklich, wenn du insgesamt, wenn du hier mehr Punkte reinsteckst, schaltest du am Ende das frei. Okay, und das ist eine ganz coole Idee eigentlich. Das heißt, jeder Held hat zwar seine Fähigkeiten, aber du hast nicht alle Fähigkeiten direkt. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du am Anfang vielleicht nur eine Sache freischalten kannst, den Blaze. Wenn du an einem Punkt den Blaze gesteckt hast, schaltet sich der Curveball und Hot Hands vielleicht frei. Und wenn du da dann noch ein paar Punkte reinsteckst, dann schaltest du das frei. Coole Idee. Okay, weitere Sachen, das haben wir gerade hier im Clip gehört. Das heißt, wir sehen hier, du kannst zum einen, hast du ein kontextuelles Menü. Das heißt, du kannst sagen, was dein Team tun soll in der Preparation Phase. Also lass uns was kaufen, lass uns, hier, ich habe ein paar Extra-Credits. Lass uns die Kohle sparen, die sehen wir da. Das Coole ist aber, du kannst für andere Leute Waffen kaufen auch. Und die können sogar diverse Sachen requesten. Das heißt, die Spielerin der Sage hier sagt, sie möchte eine Phantom haben. Also diese normale Rifle. Und du kannst dann, wenn du Kohle übrig hast, kannst du für sie das kaufen. Wir kennen das ja, glaube ich, aus CS, dass du auch Waffen kaufen kannst. Und die kannst du droppen. So ein bisschen in der Art. Aber es wirkt vom Interface her sehr, sehr clean. So, ebenfalls was, was sehr wichtig ist. Warte mal, da muss ich nochmal einmal kurz zurück. Wir sehen übrigens, es gibt drei Bomb-Spots. Es gibt nicht nur A und B, sondern es gibt A, B und C. Sehr, sehr große Map. Sorgt wahrscheinlich für ein bisschen mehr Variation, weil dein Team nicht mehr aufteilen muss. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was diese Wand ist. Das ist quasi ein Trenner, der da ist. Ihr seht oben quasi die Zeit runterticken. Und es sieht so aus, in dieser Preparation Phase, wo du auch deine Waffen kaufst, sind diverse Bereiche in der Map gesperrt. Also stellt euch das hier wie Sperrungen vor. Du kannst dich zwar auf deiner Hälfte bewegen. Du kannst dich an diversen Punkten bewegen. Wir sehen zum Beispiel, hier ist schon einer bei B. Die sind über A hinausgelaufen. Aber du kannst nicht überall hin. Und sobald dann diese Preparation Phase vorbei ist, kannst du, fällt hier quasi diese Wand und dann treffen beide Teams aufeinander. Finde ich eigentlich ganz nett, dass beide Teams aufeinander getrennt sind. Du hast genug Zeit, kauf dein Zeug, bring dich in Position. Dann beginnt der Firefight. Ansonsten sehen wir unten natürlich jetzt auch noch hier so ein bisschen die Ressourcen am unteren. Also du siehst zum einen deine Waffen hier am rechten Rand. Du siehst unten die Fähigkeiten, die standardmäßig auf 4, Q, E und X liegen. Das kann natürlich jetzt Belegung durch die Leute sein. Du siehst, wer im Voice redet, links. Auch nice. Okay, wir schauen mal. Beide Teams stellen sich hier auf. So, jetzt tickt die Uhr runter und wir sehen da hinten auch die Barriere. Und sobald die jetzt bei 0 wegfallen. Ja, wir sehen es, genau. Preparation Phase ist jetzt vorbei und jetzt treffen beide Teams quasi aufeinander. Ganz wichtig natürlich, ein Team versucht die Bombe zu planten, das andere versucht sie zu entschärfen. So, hier wird jetzt eine Fähigkeit gecastet und das ist eine... Oh, das ist eine relativ hohe Castzeit, muss man ganz ehrlich sagen. Run it back, press X to ult. Oh, Wallhack-Fähigkeiten, crazy. Oh, das müssen wir uns mal ganz kurz anschauen. Wie gesagt, das ist eine Analyse heute, Leute, ne? Nur als Himwald, wenn ihr euch denkt, warum stoppst du die ganze Zeit? Also wir sehen hier, er castet seine Fähigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, wird die von der anderen Seite auch gecastet oder ist das sein Cast? Das ist, glaube ich, sein Cast. Er castet, er setzt hier quasi diese Wand, die... Die Sicht versperrt. Run it back, press X to ult, ready. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was der Ult hier ist. Aber er hat, wie gesagt, seine Fähigkeit gecastet und dann sehen wir, da fliegt eine Granate rein und die zeigt tatsächlich, wer wo steht. Also gibt es scheinbar, ähm, ja, Wallhack-Granaten. Oben auf dem Minimap sehen wir übrigens jetzt auch, da wird auch direkt angezeigt, okay, zwei Leute sind ihm hier gegenüber. Also quasi, er steht hinten im langen Gang. Okay, cool. So, er ist, er ist ausgeschaltet vom Gegner-Team. Team Kommunikation hat auch sehr cool. Uh, da hat es ihn erwischt. So, wir sehen jetzt übrigens auch, die Bombe wurde, wenn ich das richtig sehe, geplantet. Ähm, das passiert nämlich, während hier gerade gefeitet wird. Achtet mal hier oben auf jetzt die Karte nämlich. Da sieht man, ich glaube, die Bombe wurde hier, wobei es kann eigentlich nicht sein, weil das ist ja nicht bei einem der Bombspots. Also weiß ich nicht, was das ist, ob das eine... Was ist das? Was ist das? Gute Frage, nicht die Bombe. Okay, hier wurde eine weitere Fähigkeit rausgehauen. Uh, ein Elektrophile. Ein Elektrophile als Fähigkeit. Okay, sehen wir übrigens auch hier, dass der zwei Charges hatte. Das heißt, wir sehen das hier. Das ist, glaube ich... Ich weiß nicht, wer das war von den Fähigkeiten her. So, habe ich ein Elektrophile verpasst? Hier ist der Elektrophile. Hier ist der Elektrophile. Und da sehen wir zwei Aufladungen. Also, manche Fähigkeiten haben scheinbar einen Verbrauchsmeter. Andere haben mehrere Aufladungen, was du vielleicht mehrfach nutzen kannst. Okay. Uh, das Ding flog richtig, richtig um die Wand fast, ne? Guck mal. Das fliegt richtig am Ende hier um die Wand, wenn du das mal anguckst. Ähm, die Fähigkeit, die er hier nutzt, fliegt gerade. Und dann am Ende macht es diese Biegung. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Oh, ne Drohne gibt's auch. Drohne mit einem Firebolt. Okay, also, also, ein bisschen, äh, sehr spannend, dass du auch so ein bisschen Kontrolle über den Himmel behalten kannst. Und natürlich auch Leute dann spien kannst damit. Äh, wir sehen auch immer, wie das hier zu den Messern zurückspringen. Große Frage wird halt sein, ob die, ähm, letztendlich auch Messer-Skins haben. Wir sehen ja hier das, äh, Messer, was immer wieder benutzt wird, so diese CS-Sache. So, hier sehen wir jetzt irgendeine Masse. Er geht da rein und er verliert Leben. Wir sehen das hier unten, gerade wenn man hier unten drauf achtet. Wenn er hier reingeht, hat er ein Decay drauf. Das heißt, er verliert Leben. Ähm, Spike wird jetzt geplantet. Spike ist quasi die Bombe. Das heißt, die Gegner haben die Bombe geplantet. Oh, get me out of here! Oh, das war sehr knapp für ihn. Oh, warte mal, das war wirklich sehr knapp für ihn. Aber, aber das Leben regeneriert sich scheinbar. Das finde ich, jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass, ähm, die eine Sage im Team haben. Weil Sage hat eine Heilfähigkeit. Und es kann sein, dass Sage die Person hier gerade rest, äh, beziehungsweise heilt. Ich kann mir nicht vorstellen, man sieht, dass hier das Leben geht richtig runter von ihm. Ähm, wir sehen jetzt aber auch nicht direkt, ob er geheilt wird. Aber es könnte halt an der Sage liegen, dass diese ihn gerade geheilt hat. Denn in einem Tech-Shooter ist es eigentlich eher ungewöhnlich, dass du mit Leben hochgeheilt wie, also, dass du, dass du Leben regenerierst zum Beispiel. Okay, sie haut ihren zweiten Elektro-Pfeil da rein. Das ist ein anderer Pfeil, das ist ein anderer Pfeil. Okay, sie hat einen anderen Pfeil benutzt. Ich glaube, das ist so ein, also, wenn ich das Icon hier richtig unten deute, könnte es sein, dass das ein, ähm, Sonar-Pfeil ist oder sowas in der Art. Weil wir sehen das ja richtig. Okay, die gehen jetzt hier rein. Uh, wurden ausgeschaltet. Es geht immer wieder hier in den, in den, in den Nebel quasi rein. Uh, hat, oh, oh, spannend, 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 spannend. Wir sehen nämlich, wenn jemand getötet wird, ähm, bekommen wir nicht nur die Stats von dem Spieler, ähm, sondern wir bekommen scheinbar auch Player-Cards. Das wiederum finde ich super cool. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wie Counter-Strike. Wahrscheinlich wirst du Player-Cards verdienen können, unterschiedliche Motive. Kannst dann so ein bisschen dein Profil individualisieren. Ähm, das ist natürlich sehr nice. Siehst auch, wo du getroffen wurdest. Okay, cool. I like. Oh, er hat halt keinen, aber er ist nicht gestorben. Ne, aber er wird auch tatsächlich, also das ist jetzt interessant, denn, wenn man sich das hier mal anschaut. Also wir sehen zum einen, dieses hier am Seitenrand wirkt fast wie Heilung, aber er ist alleine, er wird keine Heilung haben. Ähm, sein Leben geht runter auf eins. Also diese, selbst wenn die Wand dein Leben komplett klaut, ähm, oder dieses, dieses Feld, was wir da haben, er stirbt halt gerade nicht, ne. Ähm, hat aber auch eine Combat-Stim drin, das heißt, hat er mal die gerade schon drin gehabt, als er hier reingegangen ist? Ja, er hat die gerade schon gehabt. Okay, das ist halt, also das mit dem Leben ist jetzt noch nicht ganz ersichtlich für mich. Wenn euch das klarer ist, sagt gerne mal Bescheid. Ähm, dieser, der versucht die Bombe hier zu defusen, geht rein, schaltet den Gegner aus, fängt dann an zu defusen und das wird relativ knapp, weil wenn ihr mal guckt, die Bombe zickt fast runter, ist das Match schon fast vorbei. Deswegen alle sind auch gerade so, oh no, not like this. Ähm, okay, sehr cool. Und sein Leben hat sich auch regeneriert. Und die Combat-Stim, das Ding ist halt das, hier hört zum Beispiel auf seine Lebensregeneration. Also, er hat sich ja hier eine Combat-Stim reingehauen. Es kann dann sein, dass diese Combat-Stim ihn über Zeit heilt. Das heißt, selbst obwohl er jetzt bei einem Leben ist, das Ding heilt ihn noch hoch. Er defused und jetzt sehen wir, das Leben geht nämlich nur bis 79 ungefähr. Also, es kann sein, dass es kein Full-Heal ist, den du bekommst. Ähm, da muss man ein bisschen auf, ein bisschen auf Gameplay-Material achten. Welche Richtung, wie das geht. Aber super krass, super krasser erster Gameplay-Reveal. Wie gesagt, das Ganze kommt im Sommer. Ähm, und wirkt, also das Ding ist halt das, im Vorfeld dachten wir halt wirklich, es wird ein reiner Counter-Strike-Klon. Für mich haben die Fähigkeiten schon eine relativ große, ähm, eine prominente Bühne hier bekommen. Also, ganz ehrlich, das sind tolle Fähigkeiten, die wir hier sehen. Ähm, also den Vergleich zu Overwatch kann man doch wieder ein bisschen mehr ziehen. Auch wenn es natürlich deutlich langsamer ist vom, vom reinen Gameplay. Aber ich wünschte, das Material wäre in einer höheren Auflösung hier angeboten worden. Dann, dann hätte das Gameplay ein bisschen besser ausgesehen, diese Analyse. Aber richtig, richtig stark. Also, alles, was wir hier gesehen haben, ich gucke, ob wir irgendwas noch vergessen haben. Also, wir sehen natürlich viele Fähigkeiten auch und sowas. Ähm, da will ich gar nicht so viel drauf eingehen und gar nicht so viel spekulieren. Ich will mich eigentlich primär mit den Sachen beschäftigen, die wir wissen und die man hier ableiten kann. Aber das war eine richtig, richtig tolle Runde auch, die wir hier gesehen haben. Also, ähm, viele Fragen, die ich noch habe, gerade so in Bezug auf Abilities, gerade in Bezug auf Heal und sowas. Wie gesagt, bei Sage wissen wir, die kann heilen. Ähm, ja, Fan von Warlex bin ich jetzt nicht. Aber auch das ist natürlich ein cooles taktisches Tool, gerade wenn dann Gegner darüber informiert werden. Ähm, richtig stark. Also, wenn ich gestern nicht schon Hype war und wenn ich die letzten Wochen nicht schon Hype war, bin ich jetzt richtig Hype. Das sieht mega gut aus, was wir hier serviert bekommen. Ähm, richtig, richtig toll. Ähm, ja, sagt ihr mir gerne mal, was haltet ihr von diesem offiziellen Gameplay-Reveal, von dieser kompletten Runde? Ähm, ich glaube, ich weiß, einige Content-Creator werden in den nächsten Tagen weitere komplette Runden raushauen. Das heißt, wir schauen uns potenziell auch mal da Analysen und sowas an. Aber wirklich, wirklich toll. Was war das? Signature? Was stand da? Oh, ich stand da gerade. Für eine Sekunde irgendwas mit Signature. Signature-Ability-Charged. Was hat sich denn hier durchgecharged bei dem? Versuche das gerade zu sehen. Oh, schwer zu sagen. Aber auch diese Drohne finde ich halt nice. Ich meine, wir haben jetzt so viele Fähigkeiten einfach schon gesehen. Wir haben die Drohnen gesehen. Wir haben Nades gesehen. Wir haben, ähm, weiß ich nicht. Wir haben gestern die Haftminen gesehen. Also, es scheint unglaublich viel Variationen zu bieten. Und, ähm, wird wahrscheinlich eine echte Alternative zu Counter-Strike werden. Und, ähm, wahrscheinlich auch für diejenigen interessant, die sich dann wirklich ein bisschen für Overwatch interessieren und mal ein bisschen was anderes haben wollen. Vielleicht, wie gesagt, ich würde es nicht mit Overwatch vergleichen. So rein vom reinen Gameplay her. Aber, ähm, es kommen schon so ein bisschen diese Vibes auch auf, ne? Und, ja, spaßig. Toll, was uns hier präsentiert wurde. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich werde in nächster Zeit viel Project A-Content machen. Das kann ich euch schon mal sagen, weil ich unglaublich hyped auf dieses Spiel bin. Und, ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mein Video auch teilt. Wenn ihr einen Daumen hoch lasst und dem Kanal ein Abo da lasst. Und, ähm, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben.